Hallo und herzlich Willkommen mal wieder zurück hier auf Apokalypse zu einer weiteren Runde LOL zusammen mit dem Tim, yo, der Xinsaou. Ja, hallo meine Liebe, willkommen hier auf Apokalypse, LOL mit dem Namen, hallo. Hallo, ich spiele Welga Mitte und Tim Xinsaou Jungle. Ja, ich spiele nicht Welga Mitte. Ich habe auch gesagt, dass ich Welga Mitte spiele. Ja, ich nicht. Ja, richtig. Ich habe auch nicht gesagt, dass du spielst. Ah, Tam ist wirklich top, okay. Ob ich dir jetzt auch noch helfen muss? Ja, der Rengo soll mir helfen hier. Na, er kommt. Rengo kommt, das ist gut, dann muss ich dir nicht helfen. David? Ja, ja, was? Darf ich dich mal mit einer Bananenschale abwerfen irgendwann? Weißt du, was du kannst? Hm? Du kannst dich mal dick am Zickralli lecken. Na, komm her. Na, okay. Hörst du Bescheid? Tim ist ein bisschen... Ich sprich's nicht aus. Alles klar. Hey, da ist der Brand. Ich hasse jetzt mit Welga immer noch am Anfang zu fahren. Ah, ey, 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 ey. Komm schon. Ah, ich bin grad viel zu unfähig. Ich bin zu dumm zum Farben. Zu dumm meine Queue richtig zu machen. Halt's ab. Halt's ab. Early Gang, okay. Ja. Dann lass ihn zu dir kommen, Mann. Oh, ich hol top, ich hol top. Oh, ich hoffe, der bleibt da. Ich bin tot. Echt? Tatsache. Wieso esse ich auch noch meinen Cookie? Oh, Mann. Der Flash. Was? Ehe schon verwendet, oder was? Ja. Oh, Mann. Jetzt hatte Brand einen krassen Vorteil gegen mich. Ich bin aber auch zu dumm, um seine Attacken zu dutschen. Ich find Brand auch grad ziemlich nicht overpowered. Ah. Geht. Darauf will ich's nicht schieben, dass ich zu dumm bin, um seine Attacken zu dutschen. Deswegen hab ich das ja für dich. Dass du dann dafür nicht geflammt hast. Ey, ich bin für alles grad zu dumm, Mann. So, wie ich grad spiel, sollen sie mich alle flamen? So, ich's grad spielen, hab's noch gar nicht zu gehen. Oh, Mann. Ich seh's schon. Das ist ein richtig krasses Auto, das rankt. Ich hab sechs Minions mit meiner Q bis jetzt gekillt und die wahrscheinlich schon hundertmal geschossen. Ich mach Early-Gank, okay. Okay, lass dich mal backpushen, dann komm ich gleich. Okay. Guck mal, dass ich ein paar Minions mit meiner Q bekomm. Oh, Mann. Komm her, Brand. Komm. Ich komme, okay. Jo. Oh nein, er läuft da. Dann rein, rein, rein. Hast du ihn? Wenn du kommst... Ich bin tot. Als ob du tot bist. Jo. In der Tat. Ja, gut. Du bist tatsächlich gestorben damit. Nein. Wow, der legt's voll drauf an, guck mal. Ja, der will dich haben. Der bekommt dich ja auch. Oh, der hat ja noch seine Ulti. Ich dachte, der hat dich schon geused. Ach, stimmt. Du bist ja lächerlich, aber bist'n Sau. Ja. Darf man natürlich nicht vergessen, dass ich lächerlich bin. Ja, du musst mich babysitten. Ja, kann ich schon machen. Ich muss halt nur gucken, dass die anderen Lanes einigermaßen laufen. Ja, die laufen, guck dir sie an. Ja, aber ich muss das auch weiter im Auge behalten. Und ich darf meinen Farm auch nicht vernachlässigen, David. Ja, natürlich. Nur, dass du immer mal wieder auf meine Lane kommst. Ja, das ist machbar, easy. Farmen können. Ich easy machbar. Und vielleicht mal einen Kill bekommen. Oh, das war der tolle Tower Dive. Und auf einmal läuft der Lane nämlich nicht mehr. Wie man auf der Bot grad sieht. Ja. Ja. Der legt's aber auch drauf an. Zum Beispiel mein Ulti auf, Alter. Lüge ich den weg wie nichts. Überlegt halt, ob ich reingehen soll. Ja, ich geh rein. Ist im Moment gekommen. Danke. Danke. Bote f khois be fucking fair. Wieso bin ich geflasht, halt richtig unnötig unter meinem Teile. Einem Solo in board. ich komme in die mitte ok naja ich bin halt schon wieder fast tot da macht eine ja bei den müssten könnten wir vielleicht sogar feiten jetzt habe ich kein mann sorry damit geweckt überlebst du ja gerade so sorry dass ich ihn genommen hat ja ich hab kein mann okay ich wollte ihn eigentlich mit ulti wecken und am tower wir gucken jetzt einfach dass er dauerhaft totes scheiß egal wer ihn bekommt weil dann kannst du nämlich in der zeit fahren ja und vor allem ist das kackt ja auch in seiner moral wenn er immer tot ist irgendwie weißt wie ich das mein wie wenn reinflame weil die solo auf bord ist dass die fair sein soll ja ich kann es nicht ändern ich habe auch oft afkala und da ist auch niemand fährt zu mir rengas nicht am arsch gerade mach deine feuersäulen scheiße dummies gewollt oh nein er hat gewollt rechte seite gewollt ok linke seite wird er glaube ich auch worden also welche ist gewollt hingern bitte ich blick das gerade nicht die da oder welche da die rechte wie gesagt richtung baut ok dann komme ich jetzt okay ja dann bin ich kann mann aber egal kommt 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 eine rennt weg der ist geworden nein ich war jetzt hier kurz in den busch jetzt ist gewollt oder nein immer noch nicht nein ok dann komme ich jetzt ich komme wo ist er wo ist er wo ist er hier kein ignite ja es bringt nichts ich gehe einfach nicht mehr drauf ja dann dann guck einfach dass du jetzt fahren kannst und sonst kannst du nachher mal auf den gehen david bot oder sowas und versuchen da ein kill zu nehmen dass du reinkommst irgendwie mal ist das dumm wenn er auch immer wenn er immer noch ein kill bekommt schüien schüien ach schüien ab e Ich hoffe einfach, dass ich Bryant jetzt nicht zu krass fede. Ich meine, der ist 2 Level über mir. Dreckig gemiss geworden. Rechte Seite ist, glaube ich, wieder geworden. Alter, der Damage! Macht doch einen ganz guten Schaden. Der wardet immer rechts. Dann komme ich immer von oben. Intensiv. Okay. 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 Dann wird der SWAT unten weg sein. Mhm. Puh. Einfach nicht sterben, Vager. Geh mir nicht drauf, mein Freund. Hast du brankedamaged? Ein bisschen, ja. Er hat keine Ulti, kein Flash. Oha. Soll ich's mal ganz frech so probieren? Okay, das klappt natürlich nicht. Ja, guck, dass du dich nicht tötet, wegen... Nicht gescheid. Kopfgeld scheiße, oder? Nein! Killing! Luschen! Danke. Nein, Rengo stirbt. Nein. 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 Ich glaube, ich muss ein bisschen Richtung Bot roben. Oh. Oh. Um da... Oh, Brand ist da. Aber er trifft seine Spells nicht. Sehr gut. Oh, fuck. Wo lauf ich hin? Ich glaube, ich bin nicht lang. Der kommt, der kommt, der kommt! Der kommt! Ah, okay. Der will Blue haben. Oh, die haben sich gerade selber umgebracht. Ja, okay, doch nicht. Oh, jetzt geht's hier aber gerade voll ab. Komm, komm, komm. Komm, kill die! Hä? Da waren noch zwei Leute, oder? Da war noch ein Chaco, aber der ist unsichtbar. Oh, nein. Hä, die macht ihre Attacke nicht. Ja, ich blick's gerade auch nicht. Und da war es Chaco. In dem Busch ist Chaco. In dem Busch? Ja. Oh. Ja, sorry. Meine Schuld. Dumm gespielt mit der Ulti. Dumm gespielt. Oh, Lucian. Schlecht hier. Okay, gute Idee. That's fair, Champ. What the fuck, wenn du in mein Ding... Rein, wenn du in mein Cage reinrennst? Ja, ja, ich hab's Gefühl, die Vayne weinten ab und zu so ein bisschen. Ja, ein bisschen ist aber noch nett gesagt. Die will unsere Botlane reporten, weil die anscheinend unverspielen, also... Wir müssen mal die Mitte schieben. Ja, müssen wir... Ja, müssen wir... Vor allem müssen wir Brand Low halten. Und die Mitte schieben. Und Glitzcrank retten. Rein, 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 rein. Oder doch nicht rein. Okay, wenn alle weggehen, dann auch nicht rein. So, guys, gesehen. Tam Kench nimmt den Typ raus, dass er nicht in mein Cage reinrennt, aber rennt da noch rein. Bleibt ja von dem Dschungel weg, ich sag's euch. Sonst nuke ich euch zu Tode. Aber wie ich euch zu Tode nuke? Oh, Rango ist tot. Alles klar. Brand kriegt einen Kill. Jo. Jetzt schreibt er gleich Nice SS. Ich hab mir die kleinen Viecher gesnackt. Ich hoffe, es ist okay. Klug, dass ich gerade ein bisschen AP bekomme. Wer kommt da? Tam Kench. Oh, der hat nicht gegessen. Hilfe. Okay. Ich hab keine Kills. Er ist ernsthaft noch an der passiven gestorben. Also an dem Ignite, was Brand allgemein macht. Boah, ich find das Ignite aber krass. Ja. Das ist halt sau OP. Aber ich mach ihm Damage langsam. Ja, das ist auch gut so. Leider hab ich ihm nicht genug Damage gemacht, um abzuwenden. Das Ding stirbt. Jetzt ist noch ein bisschen Magic Penetration. Ich komm langsam wieder in Zeit rein. Dragon. Lebt. Ja. Oh, jetzt bin ich hier so voll outgedingst. Ich bin so gut wie tot schon wieder. Oh, jetzt macht Rengu hier was krasses. Wie viel Lack kann man denn haben, dass die Ulti von dem 3x auf mich drauf springen? Oh Gott, da ist der ganze Laden. War zweimal, ich hab's nicht genau gesehen. Rengu ist tot. Ja, warum geht der auch so offensiv, Alter? Ich weiß es nicht. Lucian hat 900 Mal gepinkt. Ja, mehr. Wir thrown. Zumindest die andere. Ja, wir müssen die Meister sind, denn wir müssen irgendwie mal hier jetzt. Keine Ahnung, was wir müssen. Was macht ein Blitzcrank da? Ja, danke. Ich hab'n Kill. Der geht mir nämlich eh auf die Nerven. Und jetzt Blitzcrank. Grab. Ja. Jetzt Grab. Und jetzt tot bitte. Komm. Tschüss. Und jetzt Zyra. Nee, Drang. Wir machen Drang. Ja. Wir machen Drang. Hier bitte, wo man geht. Dann hätte ich eigentlich gern mit Q-Stack. Jetzt vielleicht noch Vayne holen. Ich hätte gern Chaco. Vielleicht komme ich mit Flaschern hier ran. Oder hier so rüber. Hintenrum. Müssen wir mal ein paar Tower holen. Oh, im Ernst. Nice. Kommt ihr weg. Ich hol' jetzt raus. Hilfe. Ich bin... Oh, nicht tot. Nice. Oh, bitte überleben. Ja, ich brauche ein Minion. Okay, nee, passt. Fuck, das ist Champion Vega. Ich komme wieder ins Spiel. Ich bin wieder positiv. Ja. Und ich habe gerade in der Audiospur ein bisschen übersteuert. Das tut mir leid. Ja, am Ende des halt. Mach's halt da herunter. Ja, ich kann ja ein paar Abschnitte runter machen. Das stimmt. Das kann man natürlich tun. Eieieieiei. Mach langsam Damage. Das gefällt mir. Ja, mir auch. Okay, rein in den. Lass ihn gleich rausnehmen. Haben wir uns den Missgeboten? Ja, den Missgeboten da. Tschüss. Demi ist noch den Missgeboten raus. Und der ist noch den Chakun. Oder dem Missgeboten. Wenn der hier reinläuft. Wenn er in meinen Cage reinläuft, kann ich ihn töten. Dann so läufe ich ihn auch. Nur anders wird's halt schwer. Wir müssen jetzt mal Tower holen. Das ist ein ganz großes Problem, das wir haben. Wie der da liegt. Alter, die Zunge. Ja. Das war sein Tod. Oh lol, der hat ein Ding. Ähm, wie heißt das? Oben Drecke. Genau. Oh, danke. Danke, dass du da sogar noch reinläufst. Nicht nett. Das ist ein Blitzcrank. Ähm. Oh lol. Sam Kenshin mit seiner Ulti. Ja, ich hab den, ich hab den, ich hab den. Passt. Guck mal, ich jag ihn jetzt ein bisschen. Ich hab keinen klar, was er mir machen kann, oder? Oh, teilt er mich jetzt, jetzt bin ich gleich tot, oder was? Nein. Aber war knapp. War schon eher knapp, ja. Der hat drei Kills, ja. Ich hab elf, oder hatte zehn davon, und der killt mich fast. Ja. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu unfig, um gegen ihn zu spielen, aber... Man kann ja auch so tun, als wäre der Charakter op- Schade, dass Brand mich nicht weitergejagt hat. Das hätte ich ihn wiederum gebracht. Ja, Rinder, oder? Sobald die in deinen Cage reinlaufen, sind die weg. Ja. Okay, doch nicht. Boah, ich muss doch ausflashen. Der hätte mich sowas von gekillt. Oh. Ich hoffe, du kommst weg. Ja, ich lad mich wieder auf, hier grad. Ah, okay, gut. So, nicht da reinlaufen. Hier bisschen Lifestyle nehmen. Passt. Brand hast du rausgenommen, ja? Ja, da kann ich nichts machen, wenn die ihre Ulti auch am Laufen hat. Wow. Der macht voll nicht langsam, der geht da gleich so zack. You lucker. Oh my god. Ich sag mir so, fahr mal runter ein bisschen. Wir müssen jetzt mal ein bisschen fertig machen, langsam. Ja. Mein Late Game brauche ich trotzdem nicht. Late Game wird nur immer schlimmer. What the fuck? Ist ja auf einmal so ein Tam-Kent-Schieß geboten. Ich bin tot. Ich hab's nicht mitbekommen, Alter. Oh mein Gott, bin ich low. Lucio ist auch tot. Ja, Tam-Kent-Schieß. Das Ausspucken von dem macht so krassen Damage. Ja. Oi. Let's bring es auch tot. Jetzt hab ich vergessen, mich zu muten beim Trinken, aber ist egal. Alter, der solot uns, wenn wir nicht zusammen aufgehen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, Brand. Danke, net von dir. Ich komm mit Homeguts gleich angerannt. Ja, ich muss eigentlich mich aufladen, aber kann ich nicht. Dann sind die mich ja laden, down. Komm mit Homeguts. Oh, tot. Ja, ich kann nichts machen. Ich muss irgendwas machen, wenn die da... Du hast gewartet, hätte ich das gemacht, wenn du noch lebst. Kannst du dein Handy bitte auf lautlos machen? Ja, tut mir leid. Können wir uns wieder beeilen? Hm, wir wollen eigentlich gerade Drake Zone machen, den guten alten. Ach stimmt, Rengar ist ja AFK. Kann ich mitbekommen. Oh ja. Wir müssen auf den Hässlichen da gehen. Jetzt noch auf die Hässliche. Wo ist die hin? Pam! Fixie! Nice. Und jetzt gerade müssen wir irgendwo pushen, sonst haben wir verkackt. Ja, Mitte nehme ich an. Dann können wir Tom Kentsch noch mitnehmen. Ja, aber dann killen wir den jetzt zuerst. Ja, warte kurz. Aber wir kriegen den nicht zu zweit, glaube ich. Doch. Klar. Echt? Jetzt hat man die Ulti, ich habe alle immer in der Attacken. Dann go. Da ist noch ein Shaco. Solange der mich nicht reinnimmt. Shaco ist schon was... Jetzt Rinder. Ja, jetzt hat er mich. David, Hilfe. David. Alter. Hey, der hat dich jetzt gekillt oder was? Ja. Mit dem Ausspucken von dir hat er mich, glaube ich, getötet. Echt? Ja. Alter, wie viel Damage macht der denn? Ja, Lucian ist tot. Ja, wir spielen aber auch gerade zunehmend dümmer. Ja. Tom Kentsch dürfen wir eigentlich zu viert nur angehen, mindestens. Ja, und vor allem eigentlich nicht fokussen und angreifen. Ja, jetzt. Das bringt eigentlich ganz, was ich gerade mache. Ja, klar. Lol, Blitzcrank macht Brand einfach mal mit seiner Bombe-Combo. Halbe Leben weg. Brand wird aber langsam schwächer. Oh, guck mal, wir spielen das so dumm, wir gehen alle alleine rein. Ja, jetzt haben wir Renga auch wieder. Passt. Gruppen, nichts alleine machen jetzt. Ja, Lucian war schon wieder falsch. Da, es sind alle. Hä, wieso kallst du die Puppe an? Ja, dass der weg ist. Der nicht so dumm rumsteht. Bot. Ja. Wir müssen jetzt Vayne killen, kurz. Loll. Guck mal, die gewinnen voll in den Tauern und allem. Guck mal, wir richtig dumm spielen gerade. Da müsste ich jetzt eigentlich jemand hin-tippen. Und den Tauern ausnehmen. Alter, guck mal, unsere Kill-Führung an. Ja. Jetzt killen wir den Mistgeburten. Tschüss. Er flasht gegen die Wand. Und jetzt gehen wir da. Ja, gut, ja, jetzt müssen wir die Tauern. Jetzt macht er nicht. Top, schau. Und jetzt weiter. Wir brauchen da aber einen Lucian für. Ja, der macht Brad Buff. Ja. Kill den. Gut. Der soll das oben frecken. Der hat auch oben frecker. Naja, das grenzt uns einfach Tower-Dypen, oder? Oder so. Ja, wohl. Jawohl. Jetzt den holen wir noch, komm. Wir können auch noch innen holen. Ja, komm, meine... Grant lebt nicht, da ist der OP-ige. Ja, aber Tam Kench... Oh, da kommt Tam Kench. Und gleich drauf. Und drei gleich noch. Okay, passt. Das passt jetzt mal. So. Jetzt gehen wir kurz back. Ja, Baron ist eine gute Idee. In so einer Situation. In der Situation ist halt echt eine gute Idee. Ja, komm, Rinder. Brauche ich aber auch einen Lucian dafür. Oh Gott, der killt mich. Alles nur das nicht. Ne, 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 easy, easy. Ich stun dich, Baron. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Oh! I'm back jetzt. Der ist ganz schnell weg hier. Okay, der geht noch. Und jetzt müssen wir mit dem Baron Buff pushen. Ja. Alter, wie schnell ich bin. Wie geil das aussieht. Oh ja, da rein, rein, rein. Da kommt ein Tam Kench. Oh mein Gott. Bin so langsam. Oh, ich bin tot. Nice. Ich hab diesen Profi-Flash gesehen. Ne. Ja, aber war trotzdem scheiße. Im Endeffekt, was wir gerade gemacht haben. Ja, wir haben drei Baron Buffs verloren. Ja. Zyra, schreibt end, please. Ich glaub, die hat keinen Bock mehr. Kann das sein? Lieg ich da richtig mit der Vermutung? Ich glaube, ja. Ich weiß, dass da ein Wort ist, aber ich scheiße. Ich weiß, dass da ein Wort ist. Eigentlich Drake aus worden war. Ja. Stell ich mich ganz provokant hier rein. Ja, ist da jemand? Nee, nicht, oder? Soweit ich das sehe, nein. Aber ein Tam Kench kann mit seinen Ultien natürlich immer kommen. Natürlich, natürlich. Das stimmt, aber... Ob die Lage müsste grad ziemlich sicher sein. Look at these damage. Look at that. Kann ich den vielleicht mit Q up? Okay. Äh, ich würd eigentlich noch ja sagen, aber es ging zu schnell. So, jetzt mit Baron Buff schieben. Wir haben den noch. Ja, richtig. So, guck mal, jetzt nehme ich hier gefickt. Und da ist ein Brand. Und in den Brand geht man rein. Oh, da muss ja der Brand flashen. Schau, das lobe ich mir doch. Den müssen wir ignorieren. Oder rein. Ich weiß es nicht. Wir können den ja so low machen, ja? Das passt. Ja, das kommt mit ihm nicht viel. Der frisst irgendwas und dann geht's ihm wieder gut. Okay, nice, Rengar. Wir müssen da gucken, dass wir so Brands und sowas wegbekommen. Ja, sobald... Ich sag ja, sobald Brands in mein Käfig reinrennt. Dann ist Feierabend, ja. Oh mein Gott. Die Top. Ja, blitzkrank, guck ihn dir an. Es bringt wieder nichts, was wir gerade machen. Mann, wir sollten eigentlich... Was machen wir denn hier gerade für der Scheiße? Sehr schön gemacht hier von dir, David. Ich defilge gerade an unsere Base. Noch schöner gemacht, David. Oh, dann kennst du mich. Sag ich aber, was dann? Wir müssen es aber echt langsam mal fertig machen. Oh mein Gott. Man merkt, wir bekommen Probleme. Hm. Dann kennst du eine Ulde geused. Bis dann. Dann nutzt du nicht auf den Über-Tank des Spiels all eure Realities. Kommt jetzt die Schiebung, die zum Ende führt, oder wie machen wir das? Ich hoffe, ich hoffe. Wenn du mein Ventum kennst, das ist schon was Tolles, ja. Das ist wirklich ein Geschenk, das man annehmen muss. Brand kommt von hinten, das ist gut. Das heißt, wir können den Indem kurz downholen. Das heißt, wir können Brand jetzt schnell ficken. Da ist eine Wellen. Ja, halte die weg. Wir müssen auf die Schauer. So, Leute. Ich glaube, das ist eine relativ sichere Geschichte. Ja, das ist eine relativ... Ja. GG. In dem Fall war es das mal wieder auf Aufnahme in Ranked One. In dem Fall mal wieder. Auf jeden Fall. Also. Tschüss.